Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Kirby Nightmare Entertainment in der Welt 7, der Aurora Allee. Und Kirby ist natürlich der neue DSDS Popstars Starr, weiß nicht. Auf jeden Fall werden wir den ober-epischen Endgegner besiegen. Wuhu! Na, vorausgesetzt wir treffen die Tür. Bumm! Na, was bist du denn für einer? Oh mein Gott! Oha! Ich glaub, der mag uns nicht. Ah! What the? Ah! Ah! Jetzt, tüpf halt mal! Ah! Wieso war das jetzt nicht gemeint? Ah! Oh mein Gott! Er wird uns töten! Er hat uns getötet! Äh... Ein Fail! Aber... Versuchen wir es einfach nochmal! Du böser Endgegner, du! Bossgegner! Versuch's gar nicht erst! Mit dem Ding triffst du mich eh nicht! Ah! Oh mein Gott! Er hat mich ausgespuckt! Eingesackt und ausgespuckt! Oh! 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 Ich hasse dich auch! Okay, aber so geht das! Also am besten, wenn er anfängt, rumzufliegen! Ah! Wenn er anfängt, rumzufliegen, am besten einfach ein bisschen ignorieren! Gehst du mal! Vergiss es! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Eventuell doch! Nein, du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich! Hm! Ist nicht! Der wollte mich einsaugen! Au! Geh doch! Mann! 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 Du dummes! Bam! Okay, wir haben noch zwei Leben! Oh! Weg hier! Oh! Weg da! Ah! Okay! Die Fliegattacke ist eigentlich so gut wie die schlimmste! Wenn man die übersteht, übersteht man eigentlich alles! Ah! Auf mich einzusaugen! Au! Nein! Er hat mich! Ja, los! Dann! Ah! Ah! Das schaffen wir niemals! Ah! Aber wir kennen immerhin die Technik, die wir anwenden müssen! Wir schaffen das jetzt! Jetzt ganz bestimmt! Ansonsten bin ich halt Game Over! Aber ganz bestimmt! Das muss! Du blöder Pinguin! Ist das überhaupt ein Pinguin? Ist das ein Pinguin mit einem riesengroßen Mantel mit einem riesengroßen Hammer? Ich mein... Was soll ich von so einem Ding denken? Soll ich dich ehrlich ernst nehmen? Tue ich nicht! Tut mir leid! Bam! Okay! Und weg hier! Tüb! 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 Bam! Nee, du saugst mich ein! Ach du Scheiße! Ach! Komm her! Komm her! Trauer Junge! Ohne mich! Ah! Geh weg! Ich bin der Pinguin-Klops! Gott sei Dank! Phew! Okay! Wir sind echt... Bisher ganz gut! Wir schaffen das! Ich hab langsam, glaub ich, Skill! Eigentlich voll nicht! Aber man wird ja noch hoffen dürfen! Ey, du kriegst voll den Luftbauch, wenn du weiterhin Luft einpustest! Lass das lieber! Au! Wie unfair! Bam! 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 Uah! 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 Weg da! Bam! Okay, okay, okay! Wir schaffen das, glaub ich! Bam! Okay, 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 okay! Ah! Ich ahne! Gutes! Okay, okay, wir haben noch drei Leben! Ah! Nein! Geh weg! Okay, wir haben noch zwei Leben! Nein! Flugattacke! Verschwindet! Verschwindet! Ja! Ja! Geh weg! Ich will dich nicht! Ich will nicht mit dir spielen! Ahah! Es will mit mir spielen und ich will nicht! Mami, tu was! Ah! Ich kenne deine Schwachstellen, mein Lieber. Hüpf! Du sollst hüpfen! Ich habe hüpf gesagt! Mann! Ist das nicht doof? Durch die Gegend rennen? Du sollst hüpfen! Ja, nicht so! Ah! Sof auch nicht! Nein! Was? Ah! Wehe! Ah! Verdammt! Okay, Leute. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir schaffen das. Wir kriegen es jetzt hin. Los, Gabi! Lauf! Okay. Aurora Allee. Ah! Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ganz bestimmt. Hopp! Okay. Hallo, dicker Pinguin. Lange nicht mehr gesehen, hm? Okay, er hüpft hierhin. So, renne weg. Er hüpft mit seinem Hammer hier rum. Renne auch weg. Fliegen einfach durch die Gegend. Er hüpft wieder hierhin. Ich muss ganz weit außen am besten hingehen. Das geht am besten. Genau. So, jetzt hüpft er. Und bam! Ohne mich. So. Er fing an zu saugen. Wuhu! Wuhu! Das war knapp. Bong, bing, bam. Ah! Du dicker, blöder, weiß ich nicht. Könnte einer sagen, was das für ein Ding sein soll? Außer, dass es mich beengt und ich Platzangst habe? Weil es mich so sehr beengt? Also, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ah, ja, fliegen wir durch die Gegend. Wuhu! Wuhu! Bip! Böp! Böp, böp, böp. Böp, 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 bä. Äh! Es fliegt. Buh! 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 Es tut mir weh. Au! Geh weg! Ich werde nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Ich bin doch hier kein Flummi. Ich bin ein Kirby. Geh weg. Es gibt nicht auf. Dummes Ding. Maja Clan. Jetzt machst du dir die Attacke. Wie uncool. Weg hier. Weg hier. Bam. Wir schaffen das. Wir sind ein Kirby. Und ganz süß. Kirby bringt mich immer zum Singen. Nach oben. Gut. Okay. Bam. Bam. Ja. Wir kriegen dich down. Ganz bestimmt irgendwann. Bam. Äh. Uh. Weg, 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 weg. Ah. Sehr gut. Oh. Scheiß Idee. Bam. Dum. Dum. Das hängt mir noch an rum, komisch umzuspringen und hysterisch zu sein. Ich mag dich nicht. Wirklich. Geh. Stirb. Ich hab noch drei Leben. Das muss doch schaffbar sein. Ich stehe nicht mit Sonic mehr auf dem Kriegsfuß. Ich stehe jetzt nur noch mit Kirby auf dem Kriegsfuß. Oder mit dicken. Blauen Hammerwesen. Wer weiß, was sie darstellen sollen. Ey, Leute. Ganz ehrlich. Und das noch kommentieren. Juhu. Ah. Ah. Weg, 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 weg. Kirby. Stirb bitte nicht. Alles. Aber nicht sterben. Uh. Nach oben. Ja. Ja. Das ist, was ich wollte. Au. Hat mir wehgetan. Oh mein Gott. Er wird aggro. Es wird ein aggro-Pingu. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Bam. Und zurück. Ja. Die Welt 8. Traum-Brunnen. Äh. Hi. Na? Was geht? Renn. Juhu. Was? Was? Äh. Au. Ah. Das sind Sterne. Okay. Ausweichen. Ausweichen. Einfach immer Dauerschießen und ausweichen. Ausweichen. Juhu. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Eigentlich tust du es doch. Oder ich werde es einfach... Ja, bitte. Gerade nicht. Eventuell. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh. Äh. Ich habe gerade keine Freunde. Kirby ist nicht mein Freund. Äh. Hammer. Ich bin gerade aufnehmen. Wir achten einfach auf die blauen... Au. Dinger, die einem sehr schnell mal wehtun. Also einfach nur Strumpfes draufhämmern, klappt da nicht. Also doch, es klappt schon. Ich bin natürlich ein bisschen nicht lange. Besiege dich, du Albtraum! Au! Das war mies. Au! Ja! 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 Wir haben es geschafft. Mit, äh... Ja. Einem und zwei Leben. Jimm! Was zur... Du, 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 du. Äh. Ich glaube, das mag uns nicht. Ach du heiliger Bimbum. Bimbi-Bam! Da! Warte! Woah, 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 woah Ich glaube, ich sterbe soeben. Ah, ich bin tot. Was? 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 Ah! Kann doch nicht jetzt sein, ehrlich. Wie soll ich das totkriegen? Sagt mir das einer? Bitte? Aua! Okay, der Boss lacht sich wahrscheinlich aus. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal den übelsten Cut und so. Au! Au! Au, ich bin tot. Ich mache hier einen Cut. Ich verstehe das nicht. Hä? Au, ich bin tot. Au, die in die Antworten denken.